Wenn Skywars Platz 1 vor dir wegläuft, wie mein das Baby! Ne, ich hol mir gerade nen Freakle. Junge, hör das Rang an! Let's go! Abfahrt, Jungs! Uuuuh! Moin! Ja, guten Abend! Junge, Space! Ey, das war's, vielleicht darf ich da hin, bitte, bitte! Ey! Was mach ich? Okay, lass mal PvP spielen, Prime, oder? Okay, ja. Ja, lass mich aber wenigstens kurz in dir, dann können wir wenigstens einen guten... Nicht Brine, sondern Prime. Leute, die auch PvP können, wollte ich fragen. Junge, Space verteilt heute. So, Manga XYZ. Junge, ich bin kein Twitch-Streamer! Imagine-Ass-Streamer-Future. Oha, was? Ja! Brine-Place, Junge! Dennaut! Ah, der Kuppertree! Let's go, Smetalang! Ich hätte legs klemmen sollen. Warte, einladen! Ey, was kann ich überhaupt nicht sagen! Hi! Nein! Alter, hab ich gerade nicht... Ah! Okay, Lego! Good luck! Lol, warum? Stump'n? Ey, ja. Ey, nein, nein, Junge! Du bist so geil drauf, ohaaa! Pio? Ah! Du hörst dich voll angesächtigst! Das hast du schon mal gesagt! Ey, du bist auch Asiaten! Wieso will ich runterfallen? Das, Junge, du bist so geil, du bist so geil, Pio! Du bist so geil! Das ist so geil! Ah! Oh mein Gott! Jürgen, wie ist das? Mike ist so ein komischer Typ, Leute! Haha! Oh Gott! Drei Kilt aber schon! Ey, können wir weniger Waterfax machen? Können wir weniger Wichtiger mit dabei haben? Ja, okay! Aber Space nicht, Space nicht! Ja, wir fühlen uns gegenseitig einfach! Jürgen, du hast ihn halt einfach nicht lang genug gefördert! Ey, du bist so geil! Nice! Zwei von zwei Runden Wichtiger getötet! Schön! Wollen wir kämpfen? Mann, ich hab so schlechte Rüstung! Mein Gold habt... Ne, ne, ne! Soll ich denn gegen dich essen? Ja, weil er vor Gipfel krank ist! Ja, ja! Ja, er vor Gipfel ist auch krank gut! Bei mir trainiert es eigentlich! Junge! Einfach der Save des Jahrhunderts! Oh! Ciao! Ich hab ein Problem! Oh! Oh! Ich hab den Kill noch bekommen! Junge, ich hab doch echt keine Chance! Ja! Ey, du bist doch vertreten! Das macht einen guten Scarlet! Waterfight! Waterfight! Wo war drin? Ich glaub ich setz den Water Damage auf... Keine Ahnung... Drei Sekunden... One-Hit! Er lag noch All-Time-Platz-Siegel! Du hast jetzt mal am ersten Blöken... Ja, mach mal Platz nach rechts! Was? Gehst du's nicht auf... Du für'n Tag! Nice! Oh! Soviel! So eine... Hä? Das ist ja das Spiel! Oh lol! Junge, es hat jeder Full Dia, oder? Warte-warte-warte-warte-warte, ich geb' dir der Club, komm her! Ah! Ich erwarte... Wann jemand Legs töten? Nee, ich hol mir grade einen Freaker! Junge, ich hab dir Hauft Dia geschenkt! Jetzt feig und nicht! Wenn Skywars Platz 1 vor dir wegläuft wie ein Mindis Baby... Junge, was ist das denn? Wer bist du denn? Bleib doch da! Er kriegt aber schon Wasser da an. Geh weg, Junge! Was machst du überhaupt schon wieder? Ey, lass water, lass water! Ey, Max! Max, spring da runter! Spring da runter! Oh, nice! Mit null Kills gewonnen! Das ist ja unten in Link an Brian. Wir haben einen Legs, tut mir leid, ich fällig dafür. Junge, hört das Range an! Nein, das ist nicht dein Legs. Ich hab absolute Connection von mir. Ein Herz und tot! Das ist eigentlich der Endgegner. Genau hinter dir! Ja, ich hab kein Wort! Warte, ich kann die geben hier. Jungs, bald kommt ein Secret bei drei Likes. Wir haben ja vorher gehabt einen Butterfly Sword. Alter, was willst du? Das werde ich feiern! So einfach ein Hashtag Scharf3Diashwert irgendwo reinballern und nenn es einfach was. Oh nein! Oh mein Gott, ich hab nie gebetet. Seit der Regen, ich sei mal ins Komplett. Nein, nein! Zio ist damit absolut tot. Oh ja, Zio, ciao! Was wirst du? Was wirst du sterben, wenn du da wärst? Oh, da kommt Border. Ja, das ist Team. Nein, das ist nicht verboten. Du einfach so, als ob ich ihn nicht gesehen habe. Oh, ich brauche dich! Warte, ich erst kurz gebetet. Nice, das ist Feuer! Ich beschütze dich gegen den Konto. Okay, komm, lass doch wieder hoch ist der Hose. Warte! Bitte, bitte, komm! Okay, let's go! Okay, komm! Okay, Prime, was ist Space? 3, 2, 1, go! Junge, imagine, das Spiel auf Cobbwerbs. Minecraft Spiel. Junge, mein, was passiert da? Können wir die Runde uns heute zu Ende bringen? Ja klar. Echt so? Aber echt noch viel, ne? Ich muss noch nach in der Weile. Ja, GG, du bist bereit, zerstört zu werden. Ey, Mike, kannst du den Chantel wieder hin tun? Auf gar keinen Fall. Mike? Gottamaging? Ja, aber ich brauche mehr Blöcke dafür. Soll ich dich hochzipieren? Nein, 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 nein. Ich mach es. Kann ich bitte voll viel booten? Das war's, Gchi? Ey, nein. Ich mach nix, ich mach nix. Komm, komm deine Eier weg. Ich hab noch nicht mal welche. Und ja, ey.